Man kann durchaus behaupten, dass der Triathlon unser Leben als Familie und auch unser Leben als Betrieb sehr stark beeinflusst hat. Jede Triathlon-Familie kann davon ein Buch schreiben, den ganzen Tag am Streckenrand zu verbringen. Das sind irrsinnig anstrengende Tage auch für die Supporter und meine Familie ist da immer an meiner Seite. Ohne unsere Mitarbeiter ging da gar nichts. Der Großteil unserer Jahresmitarbeiter ist seit fünf, zehn, 15 Jahren bei uns und hat also auch die Transformation zum Render und Triathlon Hotel mitverfolgt und vor allem mitgeprägt. Events für jemanden zu veranstalten, der die gleiche Leidenschaft teilt, ist ein superschönes Erlebnis. Umso mehr, wenn man selber auch Teil dieser Community ist und aus diesen Momenten schöpft man Kraft. Ich bin Jakob Schmid-Lechner. Ich bin Triathlet. Ja. Jungen Lucloszy